Hallihallo, Kasu wieder hier und SpyO Gesundheit ist auch wieder mit dabei. Wir waren beim letzten mal mit der Monstermacher Welt fertig geworden, nachdem ich doch noch einige Zeit lang diesen verflixten letzten Kristall gesucht habe, der dann irgendwo an einer Baumwurzel versteckt war und so weiter. Was war das? Ich mach mal ein bisschen leise, damit ich mich selber auch noch verstehe. Außerdem glaube ich, ist das so ein bisschen besser mit der Musik. Was gibt es Neues? Ich habe neue Technik, ich habe eine neue Tastatur, die ich hier ausprobieren kann. Nicht so und ja, mal schauen. Wir sind jetzt hier bei der Taubenweber Welt, irgendwie muss ich jetzt dem ersten Tor kommen. Irgendwie glaube ich, ich muss da hinfliegen eventuell. Okay. Wow. Das war ein Pilz. Dunkles Labyrinth. Ich glaube, da will ich hin. Ja, ab rein da. Ich glaube, da will ich hin. Mal schauen, ob wir Sparks wieder Heile bekommen. Oh. Ja. Ähm. Hihi. Wie bekomme ich diese Schildkröte da klein? So. Oh. Okay. Hm. Keine Ahnung. Weiß ich jetzt gerade nicht, wie ich mit dem umgehen soll. Vielleicht von hinten? Keine Ahnung, hey, da ist ein Drache. Ja, wie heißt du denn? Kasia. Die Gegner hier können ziemlich erschreckend sein, aber achte auf die Narren. Ich grille lieber die Narren. Das nenne ich einen Plan. Okay, also die Narren grillen. Da ist noch eine Kiste. Okay, Mehrfachquillen scheinen nicht zu funktionieren. Da habe ich noch ein Achievement bekommen. Interessant. Vielleicht grillen und dann durch? Nein. Okay. Immerhin wachsen die Psi anscheinend nah. Hey, da ist noch ein Drache. Da oben ist noch einer. Hier gibt es viele Drachis. Ah, Sisi. Danke, dass du mich befreit hast. Danke, dass du mich befreit hast. Ja, gern geschehen. Da hat's meine Maus wieder rausgehauen aus dem Bild. Ja, danke. Ähm. Das war eigentlich nicht so geplant. Okay. Nehmen wir mal an. Nehmen wir mal an. Und dann? Auch wenn ich jetzt gar nicht weiß, wo ich genau auf der Map bin. Und Spikes ist wieder gelb. Gelbe Sparks ist gute Sparks. Da unten hin. Oh, Wildkröten. Ich glaube, ich muss dadurch zuerst mal den Narren ausschalten. Und dann kann ich die zwei Shieldies umrempeln. Da ist noch ein Drache. Und ich glaube, unser Sparks war nicht mehr ganz frisch. Wo muss ich jetzt hin? Da hinten rüber. Ja, genau so. Gleichen Stunt zweimal geschafft. So, jetzt hier Pilze. Einsammeln. Und Sparks wird wieder gelb. Einmal durch. So viel dazu. Das sind wieder Pilze. Boing, boing, boing. Von der Kamer. Nein, zuerst mal du. Und jetzt Drache befreien. Apara. Danke, Spyro. Ich würde dir ja helfen, Nasty zu schnappen. Aber ich will nicht wieder im Kristall festsitzen. Keine Sorge. Der Einzige, der festsetzen wird, ist er selber. Und weiter. Und weiter. Und weiter. Und weiter. Und weiter. Und weiter. Wo war sie? Danke, dass du mich befreit hast. Hast du aber große Hauer. Komme ich von hier aus nach da? Ich glaube, ich muss nach da. Ja, nicht so. Das war nicht der Plan. Ich glaube, da fallen wir jetzt gleich ziemlich tief. Das sieht besser aus. Das nenne ich mal aufgeräumt. Hüpp, hüpp, hüpp. Hier ist eine Rakete. Okay, da hinten ist die Kesse gerade aufgegangen. Da unten sind noch zwei von den Hunden. Ein Leben. Da ist ein Drache. Okay. Sagen wir dem mal Hallo. Bakari. Du könntest der Drache sein, dem es gelingt, da ist die Nord zu besiegen. Genau der bin ich. Okay. Genau der ist er. Da müssen wir hin. Jetzt muss ich da hin. Und jetzt haben wir bestimmt noch irgendwo ein oder zwei Kristalle übrig. bestimmt die zwei hier. Ein, zwei und was ist das? Nein. Da unten sind Pilze. noch. Den hat nur. Dahinter kommt man hoch. So. Jetzt muss ich nur irgendwie wieder hier rauskommen. also nicht raus raus, aber raus. Ja, so wollte ich jetzt eigentlich nicht da hin. Lass mich die Karte gucken, da unten. habe ich das. das ist gut. Ich muss die Aufmerksamkeit schauen. Ich muss das gerne auf. WI-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I. Ich muss die Aufmerksamkeit sagen. Okay, da waren wir zumindest auf der unteren Ebene, da war dann noch mehr. Hier haben wir angefangen. Da komme ich von hier aus nicht hin, aber von einer Ebene. Das war's gut. Wollte ich hier hin? Ich glaube, ja. So, jetzt sind wir auf dem Bereich hier. Und irgendwo habe ich ein Kristall übersehen. Hier ist nichts, okay. Nichts und davon ganz viel. Ganz viel nichts. Hier ist generell ganz viel nichts. Es fehlen uns genau zwei Kristalle. Oder ein Kristall im Wert von zwei. Ich habe ja die Vermutung, dass sie eventuell wieder runter gefallen sind und nicht wieder gespawnt sind. Ist ja nicht so, als wenn uns das erste Mal passiert wäre. Dann versuche ich diese Welt nochmal neu zu starten. Gegen das hier mit, gegen das mit Escape. Einmal Level verlassen und dann gehen wir wieder in das Level. Weil ich habe die Vermutung, dass ich irgendwo diesen Kristall übersehen habe. Oder er ist einfach runter gefallen und nicht mehr gespawnt. Ich habe die Vermutung, dass ich nicht mehr gespawnt habe. Ich habe die Vermutung, dass ich nicht mehr gespawnt habe. Ich habe die Vermutung, dass ich nicht mehr gespawnt habe. So, da sind wir. Ich habe die Vermutung, dass ich nicht mehr gespawnt habe. Ich habe die Vermutung, dass ich nicht mehr gespawnt habe. Ich habe die Vermutung, dass ich nicht mehr gespawnt habe. Ich habe die Vermutung, dass ich nicht mehr gespawnt habe. Also hier sieht es jetzt ziemlich leer aus. Da hinten sind Pilze, die brauchen wir. Für Sparks. Da habe ich hier am Anfang einen vergessen. Ja, wo müssen wir denn wohl hin? War ich da oben schon mal? Ja, das ist es schön. Da ist er! 100% des Levels. Und jetzt müssen wir nur noch wieder den Ausgang finden. Ist ja nicht so, als wenn ich einfach Level verlassen klicken könnte. Das war nicht so. Ganz so geplant. Aber noch gerettet. Da geht es nach Hause. Und tschüss. Das war nicht so. 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 Das war nicht so.